Ich freue mich auf die WM, weil dort eine mega gute Stimmung sein wird, weil die Familie, Freunde, Freundinnen kommen und ich natürlich alles geben werde. Natürlich freue ich mich auch nach der WM, wenn dann mal ein bisschen Entspannung wieder ist, weil es schon sehr hart ist. Ich freue mich auf die WM.